So Jungs und Mädels, ich bin wieder dabei. Let's play Minecraft Skyblock. Skyblock, Alter, das turnt mich so richtig an, wenn ich den Namen schon höre. Und hier, Zombie-Avokalypse. Oh mein Gott, nein, ich habe mein Leben abgezogen bekommen, nein, zweieinhalb, oh mein Gott. Ich bin so ein Noob. Alter, wie sehen die mich jetzt schon? Shing, muss ich da etwa ein bisschen aufreimen, oder was? Come on, come on bitches, come on baby, turn me on. I've got some Schneebälle. Machen die überhaupt Schaden, ey? Oh mein Gott. Oh, jawohl. Nicht getroffen. I'm going to versteck me hier. Ender, in welcher Zeitpunkt ist gekommen, Gibi. Ding, 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 ding. Jawohl, sauber, ja, wie noch ein Kabel. Ja, schön. And the day has arrived. The day has arrived, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ching, 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 ching. Nein, 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 nein. Don't blow up. Please don't blow up. Jawohl. Thank you, my friend. Ring, 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 ring. Alter, wenn ich gerade so dran denke. Mühe verleihen, wir müssen ja nur ein bisschen Gobblestone farmen. Ein bisschen viel, habe ich so das Gefühl. Ling, 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 ling. Oh je, vor allem wenn nicht bei jedem was rauskommt, alter, f***t euch doch. Oh mein Gott, ich habe gerade mal 11 Gobblestone, ich glaube es ja nicht. Oder wir machen einfach so und bauen uns mit Holz darüber. Aber Holz ist nicht gerade hier. So viel Holz haben wir jetzt auch wieder nicht. Okay, dann esse ich halt mal ein bisschen. Rotten Flash. Und warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten immer noch. Und wir warten. 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 Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. Wir warten immer noch. Jei, geheilt. Naja. Halbwegs geheilt. so dann hier action eigentlich nicht aber ach genau we've got some knochermeer okay ich glaube mehr vertragen die eh nicht ernsthaft jetzt so hier drei bäume leckt mich doch jetzt einfach alle ich dauert halt sauber das ist es nicht wegschwimmen mir fällt eigentlich gerade ein ich bin eigentlich schon dumm weil wir hätten eigentlich die knochen oder ich hätte besser gesagt die knochen benutzen können um so scheiß gras wachsen zu lassen aber nein mann er kennt mich doch ich sei hier an jeder an jeder ecke wo es nur was zu fehlen gibt immerhin haben wir noch ein paar sauber immerhin haben wir noch ein paar stücke klasse sauber hammergeil so we see stars okay it's bust yay i've got a bit of imperium das dauert aber recht lange ich bin gespannt in welche richtung hoffentlich mache ich in die richtung wo es auch eine insel gibt eh aber das wäre ja was wenn das eine insel wäre wohl alter das wird mich ja auch kotze hier wenn das eine insel ist die 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 in die andere richtung liegt alter also wo eine andere insel in eine andere richtung liegt wie ich jetzt habe vorzugehen alter leck mich kommt da kein stein raus jawohl ok und jetzt ich habe gott vor in diese richtung zu bauen aber ich weiß ich weiß nicht wie viel cobblestone ich da brauche keine ahnung ganz ehrlich weil cobblestone ist nicht gerade einfach zu beschaffungsmaßnahme her und naja so wirklich weit sind wir jetzt auch nicht kommen und dann ein paar minuten komm schon eigentlich ich renne ja ganz ungesund weil so viel nahrung haben wir jetzt auch nicht was geht jetzt wieder ab mit mir ja drei kohle reichen jetzt erst mal schien ähm so jetzt das müsste jetzt aber eigentlich bis aufs letzte reiche genau sauber austaktiert hier man glaubt es kaum ist ja ja ja